Es ist natürlich ein super Gefühl, die letzten drei Jahre waren nicht immer einfach und war auch meine persönliche Challenge, habe ich ja schon am Sonntag gesagt. Ich bin froh, dass ich jetzt endlich geschafft habe, in der Liga zu bleiben mit dem MSV. Ich denke, es ist eine super Saison, die wir gerade spielen und am Sonntag haben wir uns dafür belohnt. Wenn ich das nicht hier schaffe wird dann. So ist es dann auch letztendlich gekommen. Ich freue mich, freue mich für den ganzen Verein, für das ganze Team und bin überglücklich. Auf jeden Fall wieder eine harte Saison. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so eng sein wie dieses Jahr, weil dann auch aus der ersten Liga zwei oder drei Mannschaften absteigen, die viel größere finanzielle Möglichkeiten haben und die dann den direkten Wiederaufstieg anpeilen. Deswegen denke ich, dass da im oberen Bereich dann nicht so eng sein wird und dann auch die unteren Mannschaften wahrscheinlich nicht so die Chance haben, gegen die Großen zu gewinnen, wie es dieses Jahr war. Dieses Jahr konnte ja jeder jeden schlagen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen immer auf uns gucken, auf unsere Leistung und die Leistung aus diesem Jahr dann versuchen zu bestätigen. 2.0 1.5. 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.1 Untertitelung des ZDF, 2020